Liebe Anlegerinnen und Anleger, im August hatten wir ein kurzes, aber heftiges Börsengewitter. Seitdem allerdings wieder richtiger Sonnenschein. Die Aktienmärkte nahe Rekordniveau und insbesondere, wenn man sich den Goldpreis anschaut, da gibt es offensichtlich gar kein Halten mehr. Über die aktuelle Situation an den Märkten sprechen wir mit Andreas Lipko. Wir beide sind wieder zurück aus der Sommerpause, lieber Andreas. Und natürlich schauen wir uns an, was sich aktuell an den Märkten tut. Und spannende Zeiten, muss man sagen, insbesondere beim Goldpreis, der glänzt und glänzt. Das kann man so sehen. Zumindest mal wird er wahrscheinlich von der Sonne angeschienen und glänzt dadurch noch mehr. Wenn man sich halt ansieht, dass Gold ja derzeit bei 2000 oder über 2500 US-Dollar teilweise notierte, dann kann man sich natürlich schon verwundert die Augen reiben. Zumal ja eigentlich das Szenario, was wir derzeit sehen, gar nicht unbedingt zu 100 Prozent für Goldpreisnotierung oder anziehende Goldpreisnotierung spricht, sondern man könnte davon ausgehen, dass die Inflationsgefahr ja rückläufig ist und demzufolge vielleicht die Anleger dann eher wieder von Gold loslassen würden. Aber das sehen wir halt nicht, weil die Zinskarte, die gespielt wird, das heißt also die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer, dass die Leitzinsen in den USA sinken, halt wiederum für Gold sprechen. Aber das ist auch schon beachtenswert, wenn man eben sieht, dass wir auf einem Rekordkursniveau bei Gold sind und dass sozusagen dieser Aspekt momentan so eine große Rolle spielt, dass das Niveau gehalten werden kann. Also eine interessante Situation. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze natürlich weitergeht und wie sich Gold gerade noch in den nächsten Monaten in diesem Jahr entwickeln wird. Du hast gerade gesagt, wie toll sich Gold entwickelt hat. Zuletzt werfen wir doch mal konkret einen Blick auf die Charts. Wir haben einen Fünfjahreschart vorbereitet und einen Einjahreschart. Also wenn man sich das langfristig anschaut, den Blendenbit gerade mal an, sieht man, wie positiv die Entwicklung ist. Aber insbesondere der Einjahreschart finde ich ist echt imposant. Ja, das kann man so sehen. Hier haben nach Aussagen von Händlern eben besonders Notenbanken zugegriffen. Und zwar die chinesische, indische und die russischen Notenbanken sollen wohl in den letzten Monaten größere Käufer eben im Goldmarkt gewesen sein. Und das hat die Preisnotierung nach oben gebracht. Und sicherlich auch viele institutionelle Investoren einfach überrascht. Ich hatte gerade im bisherigen Handelsverlauf des Öfteren oder Handelsjahresverlauf des Öfteren mit institutionellen Investoren zu tun gehabt, die sich teilweise wirklich verwundert, die Augen gerieben haben und selber keine großen Erklärungen hatten. Das ist aber natürlich so, dass wenn eben größere Player im Markt sind und hier auf der Kaufseite auftreten, die das ja nicht ankündigen, sondern die ziehen dann sozusagen ihre Kauforders durch. Und man kriegt das erst im Nachhinein damit halt über Flüstern beziehungsweise dann Spekulationen am Markt, die da sind. Und das ist derzeit der Fall, dass man eben jetzt so langsam den Vorhang liften beziehungsweise beiseite ziehen konnte und sieht, dass in Notenbanken tatsächlich Käufer waren. Das ist natürlich interessant, warum kaufen die derzeit? Dafür gibt es zwar auch einige Erklärungen, die aber aus meiner Sicht heraus nicht wirklich hinreichend dafür sind, um eben die aktuelle Preisnotierung beziehungsweise das Preislevel erklären zu können. Aber wir werden sicherlich in den kommenden Jahren oder beziehungsweise im nächsten Jahr dann sehen, warum dies der Fall war. Bei Silber sagt ja manch einer immer so ein bisschen, ja, das ist halt der kleine Bruder vom großen Gold. Zuletzt muss man aber wirklich sagen, Gold eilt dem Silberpreis davon. Also Silberpreis momentan so ein bisschen die graue Maus. Auch hier haben wir Charts vorbereitet, die wir jetzt gleich einblenden werden, den Fünfjahreschart und den Einjahreschart. Und da muss man schon sagen, das sieht nicht ganz so aus wie beim Goldpreis. Nee, da scheint momentan so ein bisschen eher Glanz zumindest mal weg zu sein. Besonders wenn man sich den Einjahreschart ansieht, da sieht man ganz klar, dass Gold hier outperformt. Und das kommt daher, dass Silber eben noch so ein bisschen die Konjunkturvariante oder den Konjunkturaspekt mit drin hat. Das heißt, Silber wird halt in vielen, vielen Branchen und Sektoren benutzt. In der Hightech-Industrie, im medizinischen Bereich und in ganz, ganz vielen anderen Sektoren benutzt man eben in den Industriebereichen Silber zur Verarbeitung beziehungsweise als Katalysator und weil es eben ein guter Leiter ist. Und wenn natürlich diese Branchen und Sektoren nicht wirklich sehr gut laufen, also hier so ein bisschen stotternde Motoren da sind, dann kommt eben diese konjunkturelle Karte, die eben bei Silber natürlich auch eine Rolle spielen, eben hervor und wird natürlich entsprechend eingepreist. Das ist so ein bisschen die Erklärung, die man bei Silber eben dafür hernehmen kann, warum Silber in dem letzten Jahr oder in dem aktuellen Jahr nicht wirklich gut gelaufen ist. Guckt man sich den Fünfjahreschart an, dann sieht man, dass das so ein bisschen verschwimmt, aber die Underperformance tatsächlich ganz klar erkennbar in den letzten Monaten hervorgetreten ist. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal noch so bleiben, weil eben derzeit die Frage ist, sehen wir in den USA ein Softlanding? Gibt es eine Rezession? Wie ist die Situation in Europa? Hier sind ja auch eher die Ampeln, sage ich mal, eher auf gelb als auf grün gestellt, was die konjunkturelle Situation angeht. Ist das vielleicht auch eine Erklärung für den Ölpreis? Denn ich muss ehrlich sagen, tanken in diesen Tagen macht ja fast schon Spaß. Die Notierungen extrem niedrig an den Tankstellen. In welche Rolle spielt da die Konjunktur aktuell? Ja, Conny, du bist ja auch schon ein alter Hase an den Finanzmärkten. Man merkt halt natürlich, die Herleitung ist vollkommen richtig. Die konjunkturelle Karte spielt natürlich auch bei den Preisnotierungen eine entsprechend wichtige Rolle und ist auch eine schöne Indikation immer dafür, um eben zu sehen, wie die Marktteilnehmer die aktuelle Situation einschätzen. Und hier muss man halt ganz klar sagen, hier geht es natürlich auf globale Sicht. Also hier guckt man ganz klar, wie entwickelt sich China, wie entwickelt sich die USA und wie entwickeln sich die europäischen Länder. Und diese Gemengelage insgesamt sorgt dann natürlich dafür, dass man dann entweder eine skeptischere Haltung zu den Rohölpreisnotierungen hat oder eben optimistisch in die Zukunft schaut. Es gab auch schon Phasen, gerade wenn eben aus China so die ersten Silberstreife am Horizont erkennbar war. Da konnte auch Erdöl wieder gut zulegen. Aber momentan ist es eher so, dass man da doch skeptisch ist. Und auch gerade mit der Position, die eben auch gerade die US-Fed zum Beispiel im Hinblick auf die amerikanische Wirtschaft einnimmt, ist man hier eher vorsichtig. Und da sieht man natürlich an den entsprechenden Rohölpreisen. Und du hast vollkommen recht, natürlich tanken macht momentan wieder Spaß, weil natürlich dann das Benzin auch günstiger wird. Viele Anleger werden sich jetzt fragen, mit Blick aufs Rohöl gehört. Rohöl oder Gold oder Silber in jedes Depot. Was würdest du sagen? Rohstoffe? Ein Spezialthema? Oder generell etwas, was in jedes gut diversifizierte Depot irgendwie aufgenommen werden sollte? Der Letzteres. Also wenn man schon ein schönes Basis-Depot hat, man hat vielleicht so einige Standardwerte aus Europa und aus den USA bereits entsprechend berücksichtigt, dann macht das durchaus Sinn, sich auch mal den einen oder anderen Rohstoffwert anzusehen. Man muss sich gleich direkt in die Rohstoffe investieren. Das heißt also jetzt nicht irgendwelche Edelmetall oder Silber, sprich Gold-Silber-ETFs kaufen oder eben Derivate oder Zertifikate auf Erdöl. Es macht auch Sinn, sich wirklich mal die großen Rohstoffunternehmen anzusehen. Da gibt es sehr, sehr viele interessante Aktien, die dann teilweise gerade eben im Erdölsektor auch mit großen oder hohen Dividendenrenditen locken. Man muss natürlich sehen, das ist dann nicht ISD-konform, das muss man an dieser Stelle ansprechen, weil natürlich auch immer wieder Kontroversen dahingehend auch prächtig der Natur da sind, dass eben natürlich die Erdölförderung ein sehr, sehr schmutziges, dreckiges Geschäft insgesamt ist und das natürlich nicht sehr umweltverträglich ist. Das heißt also hier kann man dann, wenn man eben entsprechend sich positionieren will, schon mal die eine oder andere Erdölaktie in Erwägung ziehen, beziehungsweise natürlich auch bei den Gold-Rohstoffwerten ebenfalls die eine oder andere Position kaufen. Man sollte aber immer wieder berücksichtigen, dass das dann eben nur eine Depotbeimischung sein sollte und nicht zu große Gewichtung hat, weil eben, wir haben es ja auch gerade schon so ein bisschen erläutert, natürlich eine extreme Zyklik, gerade bei den Rohstoffen, hier Energieträgern eine Rolle spielen. Das heißt also, man hat hier tatsächlich Gefahren natürlich, was eben steigt, fällt auch wieder, weil eben natürlich die Boom and Bust Circle, also sprich die konjunkturellen Situationen an den Börsen sich entsprechend bei den Rohstoffen widerspiegeln und dann natürlich auch bei den Rohstoffaktien. Also man hat hier schon ein höheres Risiko, aber das ist so ein bisschen das Salz in der Börsensuppe und wenn man eben genau darauf achtet, wie viel Salz man entsprechend dazu gibt, dann versalzt man die auch nicht. Also von daher durchaus interessant, aber wie gesagt, dann, wenn man schon ein gut diversifiziertes Portfolio hat. Apropos Salz in der Suppe, das ist für viele sicherlich auch ein Investment in Nvidia, muss man sagen. Also die Aktie war ja in den letzten Monaten so beliebt bei unseren Anlegern, immer bei den Umsatzspitzenreitern. Gut, die Kursentwicklung spricht natürlich ganz klar dafür. Da hatten Anleger unheimlich viel Spaß, die long gegangen sind. Aber jetzt muss man sagen, sensationelle Ergebnisse, Rekordumsatz, Rekordergebnisse, die geliefert wurden vor wenigen Tagen. Aber natürlich, man hatte noch viel, viel mehr offensichtlich erwartet, denn die Aktie ist mal im Rückplatzgang zu sehen. Ja, und momentan kann man sagen, dass ich würde mal vielleicht sagen, Nvidia ist nicht unbedingt das Salz in der Suppe, sondern momentan wirklich eher das Chili und zwar wirklich eine der schärfsten Sorten. Der KI-Sektor hat sich wirklich sehr, sehr massiv gewandelt. Also ja, es ist natürlich ein weiterhin sehr, sehr interessanter Bereich. Aber ich hatte gerade in der letzten Woche ein Interview mit Eric Schmidt gesehen beziehungsweise einen Vortrag an der Stanford University. Und da hat er nochmal darauf hingewiesen, das muss man sich wirklich mal vorstellen, die KI-Technologie derzeit hat alle verfügbaren digitalen Informationen, die der Mensch jemals erschaffen hat, komplett verarbeitet derzeit. Also es gibt momentan das Problem im KI-Sektor, dass eben keine Informationen mehr da sind, die die KI benutzen kann. Und dass man jetzt eben überlegt, das ist sozusagen der nächste Schritt, wie die KI Daten erstellen und erschaffen kann, die sozusagen noch nicht da sind. Also das ist momentan wirklich der, sag ich mal, heiße Scheiß, der momentan in diesem Sektor da ist. Das heißt also, man sieht eine Verlagerung in diesem Bereich, dass man eben momentan natürlich neue Daten braucht, um eben die KI zu trainieren. Das andere und sehr, sehr wichtige Kriterium, was momentan eine Rolle spielt, ist, dass alle die, die wirklich sich in diesem Bereich aufhalten und dort auch wirklich ausgewiesene Experten sind, darauf hinweisen, dass die Investitionen, die notwendig sind, extrem hoch sein werden. Das heißt, die großen Technologieunternehmen wie die Metas, Microsofts dieser Welt, die müssen noch mindestens 500 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, damit man eben aus den momentanen generativen Ansätzen, also generischen Ansätzen spricht, dass man eben von ChatGPT weggeht, sich Weihnachtslieder und irgendwelche Liebesgedichte schreiben zu lassen, wirklich dahin kommt, dass das eben eine Anwendung wird, die eben, wie zum Beispiel das gerade angesprochene, synthetische Daten herstellen kann und wirklich einen Mehrwert natürlich dann auch liefern kann, dass dann, oder was die Unternehmen entsprechend, dann natürlich auch monetär umsetzen können. Und das Problem momentan ist tatsächlich, es sind sehr, sehr hohe Investitionen notwendig und die Frage ist natürlich, wann der Monetarisierungsgrad so hoch ist, dass diese Investitionen sich wirklich auch auszahlen. Da merkt man halt auch schon, dass nicht nur Nvidia hier natürlich dann auch so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen würde, sondern der gesamte Sektor. Wir sehen also hier eine klassische Entwicklung, wie man sie eben aus den Gardner Hypercycle kennt. Also das heißt, wir sind momentan in dieser ersten Boom-Phase drin. Jetzt wird es wahrscheinlich dann erst mal zu einer Abkühlung kommen und dann mit einem kleinen Versatz von ein, zwei Jahren wird sich zeigen, wer hier wirklich der Gewinner ist. Nvidia wird aus meiner Sicht heraus natürlich weiter zu den Gewinneaktien zählen. Das Problem wird aber sein, ob die Bewertungsstände, die wir aktuell bei Nvidia sehen, ob die tatsächlich in dieser Form gerechtfertigt sind. Und das wird sich halt noch zeigen. Aber es ist natürlich spannend. KI bleibt ein interessanter Sektor. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, die Anleger, die vielleicht bisher noch nicht so viel Erfahrung hatten an den Börsen und dort in diesen Hype mit reingekommen sind, die sollten wirklich ganz, ganz restriktiv mit Stop-Loss arbeiten, weil es natürlich noch mal die eine oder andere kalte Dusche geben kann. Wir haben es zuletzt bei Supermicrocomputer gesehen. Es gibt auch viele andere Unternehmen aus dem Sektor, die einfach momentan extrem stark gestuckt werden. Und das kann natürlich auch passieren. Und genau das gehört eben auch mit zu Börsenhandel dazu. Aber wenn man die Risiken im Griff hat, dann macht das natürlich Spaß. Und dann kann auch eine Chili con carne mit viel Chili entsprechend auch lecker schmecken, wenn man entsprechende Dosierungen hat. Und so ist es halt im Endeffekt im KI-Sektor und mit Nvidia genauso. Ja, das ist ein schöner Vergleich, Andreas. Der eine mag das Chili ein bisschen schärfer, der andere mag es ein bisschen milder. Wie sieht es denn generell bei euren Anlegern aus? Also da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der richtig viel Schärfe in seinem Chili oder in seinem Depot möchte. Welche Tech-Werte, welche KI-Werte sind denn da besonders beliebt? Was liegt bei den Anlegern momentan in diesem Bereich im Depot? Also hier kann man sagen, unsere Kunden gehen ganz klar eigentlich auch mit dem Trend, den man fast schon gar nicht mehr hören kann. Das heißt also wirklich die Magnificent Seven sind es halt. Also ob es eine Microsoft, eine Tesla, eine Nvidia, das sind Aktien, die wirklich in den letzten Wochen immer wieder unter den Top meistgehandelten Werten hier bei uns entsprechend gefunden werden. Das ist ja auch bei der Börse Stuttgart. Man findet immer wieder die gleichen Aspiranten. Also es ist gar nicht so die Zeit, dass man hier versucht, irgendwelche Hidden Champions zu entdecken oder in die zweiten, dritten Reihen geht, sondern die Investoren, die Privatkunden setzen weiter auf die großen Werte. Und ich muss sagen, ich finde das gut, weil es gab auch mal Zeiten, da war das wirklich andersrum. Da hatte man mal so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass die Privatkunden nicht gut informiert sind, dass da so ein bisschen das in Anführungsstrichen doofe Geld liegt. Das hat sich aber geändert schon seit einiger Zeit. Das heißt, viele Privatkunden sind wirklich sehr gut informiert, sind im Endeffekt auch Kenner von teilweise Branchen und Sektoren. Und das ist im Endeffekt auch ganz klar auch bei den Handelsaktivitäten zu sehen. Also hier kann ich leider keinen geheimen Tipp raus in den Ärmel ziehen, sondern muss wirklich darauf verweisen, dass wir hier die klassischen großen Werte haben, eben die Microsoft, Amazon, Apples und Teslas beziehungsweise Nvidias, die ganz klar von unseren Kunden in den letzten Wochen halt auch stark nachgefragt wurden. Also die Max 7 bleiben einfach im Fokus. Da hat sich nicht viel geändert. Der eine oder andere hat ja zwischendurch auch mal ein bisschen günstigere Einstiegskurse genutzt, als wir so ein kleines Gewitter im August gesehen haben. Jetzt bin ich gespannt, was der Herbst uns bringt. Es könnte vermute ich mal richtig spannend werden. Wir haben die Wahl in den USA. Da gab es ja auch schon die eine oder andere Überraschung. Joe Biden, der eben jetzt doch nicht antritt. Und Kamala Harris, die neue Kandidatin. Die amerikanische Notenbank beschäftigt uns schon eigentlich das ganze Jahr. Da blicken wir alle gespannt drauf. Was denkst du denn, wie spannend werden die nächsten zwei Monate? Also ganz, ganz spannend. Ich bin mir auch, nein, nicht ganz sicher, aber ich sage mal so, ich würde es nicht ausschließen, dass wir einen stürmischen September bekommen. Der September ist so ein bisschen dieser verkannte Crash-Monat. Man guckt immer auf den Oktober und denkt, dass das der gefährliche Monat ist. Ist er aber, wenn man sich das ganz historisch gesehen betrachtet, gar nicht. Sondern der September ist eigentlich der gefährliche Monat. Und das kommt eben wirklich daher, weil hier sozusagen dann der dritte oder beziehungsweise das dritte Quartal ja dann beginnt beziehungsweise endet und das vierte Quartal ja dann beginnt. Und man dann auch schon so ein bisschen den Einblick hat, wie das Gesamt ja bei den Unternehmen tatsächlich dann gelaufen ist. Und das Problem ist natürlich, dass wir jetzt hier ein unheimlich hohes Cluster haben. Du hast bereits gesagt, wir haben die US-Fed, die am 18. September entsprechend tagen wird und dann die Zinsentscheidung bekannt gibt. Und wenn man sich hier ansieht, wie volatil auch da natürlich die Einschätzung war, kommen 25 Basispunkte, kommen sogar 50 Basispunkte. Wir haben momentan eine Einpreisung von ungefähr 30 Prozent, dass eben viele Marktteilnehmer oder 30 Prozent der Marktteilnehmer davon ausgehen, dass wir eine 50-Basispunkte-Zinssenkung in den USA sehen und 70 Prozent gehen tatsächlich von einer 25-Basispunkte-Senkung her aus. Und das sind natürlich Aspekte, wo man einfach sagen kann, sehr hohes Euphorie-Level. Man darf nicht vergessen, die Inflation, das Inflationsthema ist noch nicht aus den Märkten draußen. Die Notenbänke haben immer wieder darauf hingewiesen, dass Inflationen nicht wirklich linear abnehmen, sondern dass man hier immer wieder auch Rückhall- oder beziehungsweise Abstrahleffekte sieht. Und das ist halt auch nochmal so eine Gefahr. Dann hast du vollkommen recht, die US-Wahlen spielen eine wesentliche Rolle. Wir kommen jetzt so langsam in die heiße Phase. Am 5. November sind die Wahlen offiziell in den USA. Und da wird natürlich noch viel getrommelt, viel gerührt, viel entsprechend dafür gesorgt, dass Aufmerksamkeit da ist. Das heißt also, wir sehen hier, dass wir sozusagen dieses Zeitfenster immer mehr abnimmt und dass natürlich damit auch die Dramaturgie, die sich eben durch den Wahlkampf darstellt, natürlich zunimmt. Und das sind alles Aspekte, die zusammengenommen dadurch oder dazu führen könnten, dass wir tatsächlich immer einen sehr volatilen September sehen können. Und dahingehend würde ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Der Oktober hat natürlich dann im Endeffekt ja schon den Ruf vorweg, dass eben hier die großen Crashs stattgefunden haben. Wobei ich sage, aktuell gehe ich nicht davon aus, dass wir wirklich einen Crash erleben in dieser Form, sondern ich glaube wirklich, wenn wir einen Rückgang sehen, wird der eben eine Korrektur haben, die eben vielleicht nochmal so in dem Ausmaß ist, was wir im August nochmal gesehen haben. Aber es wird halt nicht wirklich so sein, dass die Aktienmärkte derzeit nochmal 25, 30 oder mehr Prozent verlieren. Das würde ich jetzt mal ausschließen. Aber wie gesagt, das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Und ich würde mich eher tendenziell auf den heißen Herbst einstellen, als da wirklich momentan, sage ich mal, ja, unvorsichtig vorzugehen. Also ich bin gespannt. Spannende Märkte, viele Themen, das gefällt uns beiden. Wir werden das Ganze natürlich hier mitverfolgen. Und wie schnell eine Kurszelle auch wieder aufgeholt ist, das haben wir ja im August gesehen. Also als viele noch sagten, das wird eine Weile dauern, diese Korrektur war überfällig. Aber hoppla hopp, sind wir schon wieder auf den Niveaus, die wir kurz davor gesehen haben. Also spannende Märkte, viele spannende Themen. Fett, die Wahl, die Max 7, Sie alle werden uns beschäftigen. Der Goldpreis, der quasi keinen Stopp findet, der von einem Rekordhoch zum nächsten eilt. Andreas, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Viele Grüße nach Quickborn. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.